Ja, guten Abend! Guten Abend! Sehr gut! Hör mal auf, hey! Ja, wir waren hier vor seinem 3-jährigen Brüder. Du hast ganz gut, gut gefreut! So, was ist das? Ja, also... Der Blut auf den Augenbind auf meine Naas! Das ist das nicht! Wuhuuu! ... 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